Auf geht's, Bockmas! Die Alpenjäte sind in einer sehr illustren Runde, soviel kann man sagen, auf der Bruck am U-Insel. Wie kommt man eigentlich zu dem Namen Alpenjäte, hat das mit deinem Aussehens-Tour ein bisschen? Nein, eigentlich gar nicht. Es war der Tag irgendwann einmal 1999 und ich habe mit zwei Kollegen einen Namen gesucht, einen Bandnamen. Und irgendwann war vorher von Reinhold Meser diese Dokumentation im ORF. Und das Schöne war, mit Alpen hat es so viel gegeben. Du kennst ja alle Alpenrebellen und Alpencasanovas, die hat es alle schon gegeben damals. Und irgendwann habe ich gesagt, mit Alpen, wir haben in Österreich glase Alpen. Und durch die Dokumentation war es dann so weit, dass ich gesagt habe, irgendwann beim Mopedfahren damals, kaum so glaube ich, es ist schon lange her, aber ist mir dann das Jeti geschossen. Alpenjetis und seit 1999 gibt es eigentlich den Namen Alpenjetis. Alpenjetis und seit 1999 gibt es schon lange her. Und das ist schon lange her. Und das ist schon lange her. Und wie man weiß, seit kurzem ist der Alpenjeti ja wirklich wieder auferstandener. Ja, richtig. Also seit kurzem gibt es den Alpenjeti wirklich. Wir haben fünf Jahre eigentlich verhandelt. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber es gibt ein Fahrzeug, das heißt Yeti. Und 2009 haben die Alpenjetis bei solchen Präsentationen gespielt. Und da hat es das Maskottchen wirklich in Original gegeben. So wie ihn der Mesen eigentlich beschrieben hat damals. Und ja, wir haben ihn vor 14 Tagen ersteigert. Und jetzt gibt es den Yeti im Original Maskottchen wirklich fast bei jedem Auftritt mit dabei. Jetzt muss ich in dieser Runde fragen ein bisschen. Jetzt habt ihr den richtigen Yeti mit. Ihr habt den zweiten Yeti an meiner Seite mit, der überhaupt nicht mehr aufhört zum Reden. Wie schwierig ist es mit ihm eigentlich auf Tour zu sein? Na, eigentlich ist es ganz gemütlich. Wir genießen wirklich viel. Wir spielen. Es macht immer Spaß. Und wir verstehen uns ganz gut. Und am wichtigsten ist, dass wir viel erfahren. Ich persönlich kann nicht sagen, dass ich viel lerne von dieser Kultur und dieser Musik. Und es macht, wie gesagt, immer viel Spaß. Wie gesagt, immer spannend ist, dass ich viel lernen habe. Ich sage dir wie immer im L Amo ináh academics. Und die Sie, dass wir uns mit ihren Augen bee evidence haben durieren, Und die Gesang sind die Zeit sehr ihr jurisdiktate. Ihnen wird einen E Welcome appelliert. Und das dann ist es ein W&Mann, wir haben die Mitmaschine in den酒check, indo wo ja 돼요! Und das dann wäre das W&Mann, Und das dann wäre es mir ein W&Mann, Marina, Marina, Marina Om jag vill att vara någon umila kärle Om det är min rövig här Om jag vill att vara någon umila kärle Om jag vill att vara någon umila kärle Jetzt muss ich darüber fragen, ihr seid ihr zu dritt, gibt es da eine Arbeitsaufteilung, wer was in der Gruppe macht? Also ich mache das mit den kleinen, also ich bin immer für die kleinen Dinge zuständig, weil ich der Kleine bin. Und was ich nicht mit habe, ist Duft, also das habe ich auch nicht mit, da verstehen wir uns eh ganz gut. Nein, es gibt schon eine Aufteilung in der Gruppe, also jeder hat seinen Bereich und es passt auch ganz gut in der Gruppe, Also wir talen uns das sehr gut auf und ja, wie schon der Jose gesagt hat, die Stimmung passt in der Gruppe und das ist das Wichtigste. Musik 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 Das schaffen wir auf jeden Fall noch. Jetzt hast du natürlich vom Trinken geredet, wenn wir vom Essen reden, so ein Brettchen außen. Bist du für das auch zu begeistern? Wie du weißt, bin ich immer wieder für das Essen zu begeistern und wer mich sehr, sehr gut kennt, der weiß, dass ich da immer dabei bin. Also so ein Brettchen außen, so richtig mit Speck und alles, das ist was Besonderes. Ja, für mich sowieso. Ich meine, ich mag das sehr, sehr gern. Ich bin ja auch sehr urig unterwegs. Auch meine Freunde. Ich meine, ich habe ja viele Freunde, die nicht nur Städter sind, sondern auch vom Land kommen. Und deswegen ist es für mich natürlich immer wieder ein Genuss, mit denen zu feiern und zu essen. So, jetzt wird sie nicht ganz schön, wenn sie mögen. Alle die Hände in die Hände, wo sie die Hände, jetzt wird das gut aufersteht. Alles Dankeschön, super. Sie sind perfekt. Wie angezweifft, der Hund hat sich das angefühlt. Doch dann kam der Tag, an dem alles zerbrach. Du gingst fort ohne ein Wort, ohne Blick zurück. Und ich stand da, nackt bis auf mein Herz, nur Tränen und ein Schmerz. Und vor mir lag nur die Nacht der Einsamkeit. Und ich stand da, nackt bis auf mein Herz. Und spür ich diesen Schmerz, denk ich nur noch an dich. Jetzt haben wir natürlich gehört, du bist ja seit kurzem der Mann der Band der Steiermark. Kann man da den Genuss auch ein bisschen hineinbringen eigentlich? Du lebst, du lässt ja die Steiermark eigentlich hochleben. Ja, ich meine, das ist ja in unserem Sinne, dass wir ja Steierer müssen ja auch zusammenhalten. Und dass natürlich das mit der Band für Steiermark so gut funktioniert hat bei unserem ersten Event natürlich, es war ja nicht sehr, sehr einfach. Aber Alex Rehak ist ja nach wie vor auch im Hintergrund immer wieder vertreten. Und deswegen wird das auch weiter... Komm, küss mich noch einmal, in deinen Armen will ich träumen. Du bist wie ein Geschenk, mein lieber Schatz, ich hab' dich gern. Dankeschön! Du bezeichnest dich ja oft gerne nicht als Schlagerkünstler, sondern als Entertainer. Warum eigentlich? Ja, du weißt ja, ich mache immer ein bisschen Spaß. Ich tue immer ein bisschen Mitspaß mit den Menschen. Meine Musik ist einfach sehr nah. Auch wenn ich singe, es ist immer wieder möglich, dass ich ganz kurz Texte improvisiere, einfach mit den Menschen zusammen irgendwas erfinde. Und das ist eigentlich das, was den Marc Antré ausmacht, nämlich Natürlichkeit. Was ist so in nächster Zeit geplant, was Marc Antré betrifft, gibt es wieder mal eine neue CD? Die wird es auf alle Fälle geben, aber heuer machen wir mal unsere alte CD. Du weißt, im März wurde ja meine erste offizielle CD mit Christian Zierhofer geboren. Und die wollen wir jetzt einmal gut vom Markt und wir sind auf dem festen Wege dorthin. Am Strand von Maribu, ich danke dir auch du und du. Ich vergessen wird dir schwer, nun komm ich nie wieder her. Ja, der Strand von Maribu lässt uns träumen immer zu. Er will uns zum Küssen ein, bei Musik, Rote Main.